Die internationale Elite der Degenfechter ist zu Gast in Berlin und das bereits zum 59. Mal. Der Weiße Bär ist das Fechtsport-Event an der Spree, nach dem ISDAF und dem 6-Tage-Rennen die traditionsreichste Sportveranstaltung der Hauptstadt überhaupt. Besonders froh sind die Veranstalter vom FC Grunewald und vom Berliner Fechterbund darüber, dass das Traditionsturnier nach dreijähriger Pause endlich wieder im Horst-Korber-Sportzentrum ausgetragen wird. Wir sind extrem froh hier zu sein, man sieht es, die Halle ist voll, wir haben 24 Bahnen, die wir in eine Halle auflegen können und für die Organisation ist es deutlich einfacher. Bei rund 250 Startern aus 30 Nationen ein nicht zu unterschätzender Faktor. Am ersten Tag bringen sich die Favoriten in Stellung. Darunter Olympiasieger wie der Italiener Taglia Riol, Weltmeister wie Alexis Baillard aus der Schweiz oder der Turniersieger von 2015, Frederik van der Osten aus Dänemark. Und natürlich fehlt auch die deutsche Degen-Elite nicht. Schwer vorherzusagen, wer sich an einem solchen Feld am Ende durchsetzen kann. Selbst für Experten wie den Junioren-Bundestrainer Joachim Braun. Aber wie wir letztes Jahr schon gesehen haben, ist der Stefan Rhein ein Kandidat, dann der Niklas Mulderer, dann der Bellmann und eben auch der Rico Braun, der letztes Jahr hier auch Finale gefochten hat. Also es gibt schon einige Kandidaten, die hier unter den ersten acht zumindest zu erwarten sind. Doch Erwartungen werden bekanntlich gerne enttäuscht. So findet der als Turnierfavorit gehandelte Niklas Mulderer, immerhin amtierender deutscher Meister, im DFB-Ranglisten Ersten Marco Brinkmann seinen Bezwinger. Und der hat sich für den Finaltag einiges vorgenommen. Ich war auch letztes Jahr schon sehr erfolgreich. Ich glaube, ich habe den dritten gemacht. Und ja, ich würde gerne dieses Jahr das Ergebnis noch toppen, wenn das geht. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Wer die Herausforderung 59. Weißer Bär von Berlin letztendlich am besten meistert und im Galafinale im historischen Kuppelsaal triumphiert, entscheidet sich am zweiten Wettkampftag. Natürlich wieder zu sehen bei Hauptstadt Sport TV.